Herzlich Willkommen zu einem neuen Stream mit mir, den Kevin. Ich hoffe, ich bin noch laut genug. Ich und der Almin, dem machen wir jetzt gleich den Boss. Hier den Blunarius. Aber er kommt ein bisschen später, deswegen machen wir jetzt mal ein paar andere Sachen. Zwar, ich wollte, genau hier Kornfeld, wollte ich gerne auf Schipansen schaffen. Und ich wollte den mit Psy hier machen, aber der kostet zu viel. Verdammt. Egal, ähm... Dann... Hm. Welcher Aff ist günstig und schafft die erste Runde? Ja. Jetzt schon nicht geschafft. Ähm... So vielleicht. Ne. 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 Dann wahrscheinlich nicht. So liegt wie. Auch nicht. Dann... Der hier. Ich hatte das nicht ausgetestet. So mit... Äh... Mit... Psy. Ähm... 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 Ich muss erstmal mich ein bisschen leiser stellen. So. Jetzt müsste ich ein bisschen leiser sein. Hm. Ich versuche den nochmal, aber natürlich nur... Aber geskillt. Ja, viel zu langsam. Man. Ne. Das wird nicht... Ähm... Ich kann halt nicht verkaufen, ist das Ding. Ähm... Da muss ich schlau sitzen. Ja, da muss ich einen Bombenturm auch haben. Der, der schafft das jetzt nicht. Ja. Das kommt ja western. Schwung. Wichtig ist ja. Schwung.. Wichtig ist, jetzt ist der wasser... Sauber. Der? 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 Das muss es jetzt sein. Toll. Ich bin so schlecht. Nee, also... Mit wem denn dann? Alter. Ja, aber die hier schafft er jetzt nicht. Doch, schafft er! Nein, ganz knapp. Aber ganz knapp. Dann lass ich den mal so. Ja, toll. Toll. Okay, nee. Oh, Mann. Okay, ähm... In den nächsten Tagen werde ich versuchen, so viele Sachen hochzuladen wie möglich. Als Beispiel werde ich nur das Projekt starten. Ähm... Das... Ich werde dann Sims 4 spielen. Weil... Ich das spiel aus der Mark. Wer... Werde ich das, äh, dann streamen. Nee, nicht streamen. Let's play nur. Und dann könnt ihr auf CapCave YouTube... ...auf meinem YouTube-Channel halt, äh... ...gucken. Und mir dann auch Tipps und Tricks reinschreiben... ...reinschreiben könnt. So, scharfe Schüsse bräuch ich. So, lang strecken. Bei denen... ...weiß ich nicht. Oh Gott. Ja, geht ja noch. Komm. Oh. Noch so geschafft. Ja. So ist gut. Ja. Dann gehe ich bei denen am besten, glaube ich, auf die Blumenfalle, weil... ...die ist echt stark. Aber Psy brauche ich, weil der kann halt die komplette Map treffen. No. Nee, da muss ich halt einen anderen Helden nehmen. Toll. Wie nehm' ich denn? Er dauert es viel zu teuer. Ich bin auch Saouda. Schön für dich. So, Schipansen. Warte mal. So. Ja. Sauta. Ja. Ja. Gut, das klappt jetzt und einen Klebstoffschitz will ich gerne haben und der sollt ihr auch wirklich langsamer machen ja, Sauda ist einfach der perfekte Held sie kann halt einfach alles zerstören also fast alles gut, wen muss ich dann noch setzen der Erzmagier, genau den Erzmagier mag ich ja so gerne bei dem muss ich auch auf Affensinn gehen verdammt egal, ist eigentlich auch nicht schlimm genau, der Almin kommt halt bald das war dumm, ich glaube das war dumm so, intensive Magie ich musste einfach so äh, jetzt kann ich zwei Schichten platzen lassen das ist super der soll dann auch Blei zerstören können welchen Appen könnte ich als nächstes setzen wen brauche ich denn da noch überhaupt weiß ich noch nicht wahrscheinlich noch ein Alchemisten also vielleicht gut ja hier kommt jetzt alles gefüllt aber kein Problem für den Magie zum Glück noch geschafft ja, Bombturm muss jetzt sein verdammt es wäre jetzt echt gut wenn ich auf den Stun gehen würde es wäre jetzt echt gut treffen aber als allererstes brauche ich den Moloch gut schnelleres Nachladen größere Bomben Raketenwerfer schwere Bomben okay ich muss halt einfach hoffen dass das reicht richtig richtig große Bomben und dann was setze ich denn noch warte ich kann ja Kornpferder verkaufen ich muss ja nicht oh Gott bin ich dumm oh bin ich dumm ich glaube das war dumm jetzt von mir oh Gott ich habe noch geschafft ich habe noch geschafft ich habe noch geschafft dann das hier dann das hier gut Lungeltrommeln das hier Primärtraining ich könnte mir ja den hier auch noch holen das wäre echt gut dann mache ich die dann hier oder hier als allerer ist das wohl schnell gegangen so jetzt bin ich safe jetzt bin ich safe ähm 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 so schärfere Pfeile zentrieter Pfeil zentrieter Pfeil so ist gut Schnellfeier, viel mehr Pfeile und dann baue ich noch ein Affendorf bei den Eichemisten. Also Eichemist jetzt nicht unbedingt, aber ein Affendorf muss sein. So, das war ein Mix, perfekt. So ein Aufschlag oder... Niedernehmen Zielsystem. Niedernehmen Zielsystem ist gar nicht besser. Okay. So. Alter, da ist ja der Screamer. Ja. Der Almin ist ja nicht wieder da. Endlich. Ja, endlich ist er da. Jo, wir haben verkackt. Ja. Ich hab's. Ich hab's gewusst. Ja, wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Aber... Bisschen noch mal, ne? Ja. Wie geht's? Gut. So, machst du schon immer nämlich? Äh, ich mach' gerade was anderes. Ohne dich. Ohne dich, also ja. Ohne dich, also ja. Du sagst, wenn du fertig bist. Ja, ich mach' grad Schipanzen. Kornfeld aber. Ja. Er hört auf mich, Junge. Koch da Fisch, Digga. So ich dir jetzt noch Fisch, Junge. Jo, also wir hätten es eigentlich theoretisch geschafft. Also nochmal für die Zuschauer. Äh, ich wollte gerade mit ein paar Freunden, mit ein paar Freunden einen Boss machen. Eine Art so weit wie die Wolle. Äh, hat aber nicht so gut geklappt, Kevin. Es gibt halt, äh, wenn wir auf die Center gehen und den Boss machen wollen, gibt es so eine Erhöhung. Ähm, dort kannst du dann deine Viecher draufstellen und dort schaden. Ähm, du kannst halt die ganze Zeit mit dem Delonasaurus, zum Beispiel, reindrücken, bis der Boss tot ist. Und, ja. Ne? Ja, okay. Ähm, wir haben nur ein bisschen verkackt. Ja, perfekt. Okay. Ich musste dich, ich musste dich aber jetzt mies leise machen. Ist, ist super. Ja, ganz toll. Ja, richtig. So. Hm. Hm. Also, ich mach nochmal. Ja? Ja. Ja, richtig. Wir wollten den später jetzt auch gleich nochmal machen, demnächst. Ne, ne. Aber, nein, nein, bis dahin haben wir, glaub ich, glaub ich schon den Spiel beendet. Ah, okay. Besser so. Bin mir aber nicht sicher. Alter, die Schatten. Dann werden wir den aber sowieso nochmal. Aber jetzt hätt ich definitiv genug Zeit für ein, zwei Mal im Lieblings, Alter. Okay. Aber bist du dein Schimpansen? Sag mir dann, äh, welche Runde bist du? 65. 16 oder 60? 16, ne. 65. 65. Okay. Sag mir dann, wenn du fertig gemacht hast. Ja. Dann komm ich mir hin. Jupp. Ja. Ist da im Bereich immer was vor. Okay. Weil der Boss, Alter, wir haben, wir haben 10 Projektile offen mit dem Wehlo auf dem Boss geschossen. Der Boss hatte schon, äh, ey, der Boss hat's dafür, dass es 10 Projektile waren, so viel hat es eigentlich schon verloren. Also hätten wir es eigentlich richtig gemacht, dann wäre es richtig easy gewesen. Hm. Äh. Schade. Ja, leider. Aber wir werden trotzdem morgen, ähm, die Alfa mit den Rexen machen. Ja. Ja, das war's. Ja genau, äh, auf dem Server, den wir gespielt haben, wo ich auch, äh, viele Videos gemacht habe, aber die noch nicht hochgeladen habe, der Server hat gewiped. Jo, und wir haben eigentlich dasselbe, was wir vorher hatten, sondern sogar noch mehr. Ja. Äh, in wie viel Stunden? Eine Stunde ungefähr. Ne, mehr sogar. In paar Stunden. Ja. Drei, vier Stunden. So. Ich brauche Arkan-Nägel, ansonsten schaffe ich das nicht. Ja, ich habe ein paar Freunde gefunden. Ähm. Genau, mit denen habe ich auch gerade den Boss gemacht. Ähm. Ja, genau. Das ist zumindest Versuch. Ich muss leider zugeben, die sind leider sehr schlecht gewesen. in diesem Spiel. Okay. Ähm. Aber naja. So, dann. Okay. Arkan-Meister und dann Feuerwoll. Gut. Ich bin jetzt Runde, äh, 74. Okay. Geht schnell. So, und ich travel wieder auf unsere Mainbase ab. Okay. Wahrscheinlich werden, wir werden einmal schon streamen, wenn wir einen Boss machen später, oder? Ja. Also, war, morgen wahrscheinlich nicht, oder? Ja, ich habe auch schon angekündigt, dass ich Sims 4 dann let's playen werde. Hm. Okay. Aber wollen wir einmal Arkan irgendwann streamen nächste Woche? Ja. Okay, aber was, morgen machst du was? Destiny, oder was? Äh, weiß ich nicht. Weiß ich selbst gerade nicht, was wir morgen streamen könnten. Counter-Strike. Ja, warte, dann, warte, 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 dann lass das für eine Überraschung. Äh, das sprechen wir danach im Spiel. Ja. Mal wieder so eine Überraschungs-Game. Ja. Wahrscheinlich eher Counter-Strike, Leute. Ich sag, das ist eine Überraschung. Er ist mir gefreut. Ja, natürlich. Wie? Oh mein Gott, ich habe gerade alle Tanks gemacht. Oh, ich bin RIP. Also, du kannst reinkommen. Ich finde. Also, wir machen den Boss jetzt nochmal auf Normal und dann auf Elite. Wir müssen ja irgendwie die zwei Stunden voll bekommen. Und, äh, wir dürfen insgesamt nur eine Geld, also, du darfst eine Geld ab auf die Kiste werfen und ich darf nur eine. Und, äh, wir müssen ja irgendwie die zwei Stunden voll bekommen. Also, hey, Juni, du hast das Spiel. So, warte mal, ich habe gerade echt Probleme. Okay. Ich bin gleich da. Okay. Zeig deine Insta-Hoffen, dein Geld, deine Errungenschaften und all das Flex mal ein bisschen, dass ich da bin. Ja, ich habe kein Geld. Ja, ich habe kein Geld. Egal, im Flex muss man was anderes nehmen. Ich habe kein Geld. Aber ich habe es im Sphäre gar nicht. Du hast ja nichts, Allah. Ich habe aber was im Sphäre, damit kann ich flexen. Gut, dann gucken wir mal die Tagesausforderungen an. Okay. Jetzt. Ich muss in Bluns rein. Ja, kommst du? Hm. Ich muss nur kurz die Vögel landen. Weil die sind alle losgeflogen, die Behinderte. Ah. Also reicht es noch dafür. Ähm, ne, starte eigentlich jetzt das Spiel. Äh, was das sagt. Also, dann gehe ich jetzt kurz in mein Häuschen rein, die Rexe sind alle eh dann beschäftigt nicht mit wachsen, dann haupt mir die. Stehen und spielen. So, dann komme ich jetzt auf. Ich muss halt so irgendwie aus dem Klo, ne? Machst du da Tagesausforderungen? Ja. Kevin? Ja, mach ich. Gut, dann lass mich nochmal davor aus dem Klo gehen. Es tut mir leid, Leute. Ich, 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 ich drück schon seit Ost, Alter. Ich kann nicht mehr. So, bin nicht da. Okay. Alter, dieser Höhlenaffe. Der ist schon cool. Dann Signalgeber. Hm. Aber ich glaube, das wird sehr einfach. Ja, das wird sehr einfach, das wird sehr einfach. Wenn ich auch gerne genug Geld machen würde. Da, ich kann ja hier. Den hier sitzen. Den habe ich ja öfters schon. Das ist ein Täterpfad. Gehen wir hier hin. Und dann brauche ich noch eine Plantutsche. Okay. Auf Marktplatz kann man nicht gehen. Schade. Also jetzt nicht erschrecken. Es kann sein, dass der Stuhl jetzt komische Geräusche macht. Ja. Ganz toll. Öff, wedi mal. Ich brauche den Signalgeber jetzt. Ah, kein Säure-Mix, verdammt. Dann baue ich die Feuerkugel. Hm, Ninja kann ich auch noch machen. Oh, Spaß. Ja, die Blindgranate. Fehlen mehr Pfeile. So. Äh, die Fliegen so komisch. Jetzt. Ja, ich noch nicht. Ich überlege gerade zu Louis, welchen Helden ich nehme. Ich werde auf jeden Fall... Äh, welchen nehme ich denn? Stimmt. Ich glaube, ich nehme Etienne oder Psy. Etienne nehme ich. Weil da können wir uns halt die Affen da versparen. Also, dann müssen wir... Also, der macht auf der ganzen Map egal, wo der steht, oder was? Ja, ja, dann... Nee, also, der kann halt... Also, alle... Eigentlich alle Affen auf dem Spielfeld können dann Tarnblunder greifen. Wenn er die Fähigkeit dann hat. Ja, dann machen wir halt gar keine Affen, oder was auch okay. Ja. Oh, ja. So. Das bringt ja nichts. Ja, dann gehst du auch etwas mehr auf Geld. Als ob du auf Geld gehst, ey. Das... Das verwirrt mich. Du weißt besser kann als du. Nö. Du kannst beide gleich gut eigentlich. Ja. Also, komm in... Ja, wir sind eigentlich beide sehr gut. In Geld machen. Ich... Ja, du weißt auch ganz Zeit Geldkisten ab, also... Ich rede von ohne Geld. Ist mir egal. Und wer das Geld hat, hat halt das Geld. Ist mir egal. Kann man nix mahnen dagegen. Ja, nur weil ich das Geld hab und der Geiz ist dann, weiß, ey. Nicht vor Ort. Ähm... Oh, ihr Geld. Später, wenn man so überbleibt, würde ich das sagen. Ja. Was ich mal um der Zehnter anwählen. Aber mir sagt der... Boah, ähm. Boah, ähm. Alter, ist das easy. So. Feuerwall. Autostart an. Sü. Okay, generiert jeder und automatisch Geld. Das ist toll. So, niedernehmt sich System. So. So. easy es war viel zu einfach hast du es jetzt ja so ja hoste mal nein 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 und nie auf normal auf normal wir müssen ja egal wie wir müssen nicht die zwei stunden voll bekommen okay dann machen wir so auf normal werfe ich gar keine geldkiste ab aber auf elite darf ich dafür zwei abwerfen ja so machen wir es weil wir müssen das ding in der mitte bei den auf schießstand verkaufen das können wir ja auch machen wir haben ja noch die bänke von anfangen also code ist er c r h c r h s y x s y x ich bin nicht drin warte ich habe benjamin am meisten gesetzt dann starten wir mal so ich empfehle euch nehmt euch vielleicht irgendwas zu fressen wenn ihr was da habt wenn nicht lehnt euch einfach zurück und genießt die Show ich kann nicht hin kaufen ja das ist günstig ja das wird ja du hast ja 850 nee das 425 ja er soll ja auch verteidigung machen ich kann ihn ja sowieso wieder verkaufen ja dann mach mal Junge nee doch ich lass den erst dort der bekommt sowieso noch über ihn statt zu also also ähm dann kaufe ich noch mehr reißnägel ich kümmere mich erstmal um den nagelwerfer okay und der das ist nicht dumm ich will ja die mitte da freikaufen ja ähm ja gut ich will ja die mitte da freikaufen ja dann kann ich auch eine partage machen ja noch ein bisschen dann habe ich es ja noch ein bisschen das 400 ja ich brauche tausend ein das ist immer noch sehr viel warte den französischen Vater ob nur deine Drohne und er jetzt mehr also die die fliegt Prozent wenn denn die Drohne und es ist vielleicht sogar schlauer wenn du dann in der Fall und weil oben die greift nicht an die müssen nicht oben ist mir egal ich will es so haben wer hat denn geschrieben Alter die aus Sims 4 oder beide auch auch die ganzen Drexler haben mir mit ihren kleinen Händen die Bewort zugeschrieben ja man meist ja ja wenn dein Wurfall auf ein bisschen abreden ist, wirst du sogar smarter, ne? das ist mega, ne? und der Typ, der kann kein Blut ins Spiel doch kann ich doch langgelbige Bananen ja ja ich darf auch mal Damage machen wie viel ist? oh mein Gott fast wie so viel wie den Reißlangerwerfer oh ja mein Reißlangerwerfer nice so ähm ja ja moin mhm wir sollten am besten nicht wie Erzmagier oder so stellen der macht gut Damage na Erzmagier doch doch der macht Damage ja ich weiß aber so viel Damage brauchen wir jetzt auch nicht von Anfang doch es kommen ja noch Moabs nicht nur der Boss alleine der holt ja seine Gang dort mhm aber wenn wir was gegen den Boss machen, dann haben wir automatisch gemacht etwas gegen den Boss egal Etienne macht Damage also so ähm jetzt ist die Frage was wir platzieren, ne? also ich würde gerne ein bisschen mit dem Klebstoff schützen nach oben weil die kleinen Viecher machen ja auch nochmal Nerven, ne? nerven ja auch ich würde tatsächlich ähm demnächst aber dann in der Mitte einfach einen Super-Affen platzieren und ein bisschen upgraden ok und vielleicht noch einen anderen Thron irgendwie daneben das sollte ja auch reichen schon oder? ja so Reißlangerwerfer genau dann grade du mal noch deine Plantage da gleich ab ja tu ich schon also du kannst nicht räumlich denken alter wenn du den Super-Affen noch ein bisschen nach links geplacert ist was geht dann hätten wir noch mehr Platz um rechts mehr zu platzieren alter ach das ist nicht wichtig ich verstehe den Jungen manchmal nicht ja ich auch nicht so ja ähm wo geh ich denn bei den überhaupt hin äh ich würde in die Mitte auf ja ja hast recht ich meine der macht ja dann noch critical damage das ist ja auch nochmal fett und der hat eh eine Gruppe wir haben das ist war gar nicht so gut ne ich hatte den auf unten geskillt anstatt in die Mitte was was ja also ich brauche Geld so ich brauche Geld bumm die Hälfte vertreten mehr der mit scherz meinen ne das ist der Wurfall auf aber nur in Super äh ja okay jetzt gehen wir nicht mal auf Geld oder verteidigen bitte jetzt kommt der nämlich gleich äh dann auf die Leserstrahl ja mach das ich mach Klebstoffkleckse klebstoffkleckse please wir haben halt nie jetzt ist halt so ein schlechter Stahl eigentlich ja so ok Klebstoffkleckse jetzt steht's bisschen schneller ja der Super äh Affe macht jetzt auch gute Match so jetzt können alle getarnt angreifen ja woran hast du's gemerkt überhaupt dahe ich wollte gerade nach dem Platz ich hab gesehen wie die alle diesen boost hatten ist mega äh vier Runden noch Kevin ja wir haben bisschen Druck jetzt ja ich hab ich hab gesagt er hat's Magier aber egal keine Sorge das schaffen wir noch gib mir dein Geld irgendwie wieso dann kann ich irgendwie Plasma oder Roboap verkaufen warte ich hab glaub ich sogar ne bessere Idee oh man na glaub mir glaub mir naja ich kann sowieso ich kann jetzt sowieso Plasma kaufen ja geht äh dann kauf ich mal schnell dann oh ja jetzt macht der Damage wenn du noch Geld hast nach dem Plasma ja dann gib mir mal bitte Geld dann kauf ich ganz schnell noch Bluenverdiener dann steckt es instant danach also nächste Runde schnell Geld geben dann wenn ich starte du kannst schon ja Bluenverdiener ich werde jetzt irgendwo Erzmangel setzen wo am besten äh zwischen äh unten links vom Superaffe mach den auch stärkster den Superaffen schnell jo perfekt ja schaffen wir schaffen wir ähm genau da perfekt den wollte ich da haben richtig gut geben so danke dann place ich schon mal ja 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 stell auf stärkste komm 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 uns frei nee Alter okay ja warte 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 ähm ja gut ne nicht auf stärkste stellen nicht auf stärkste stellen Dicke äh ich dachte wir sind so dumm manchmal ja manchmal du meinst immer hm was wäre also auf den Großen würde ich mich nicht fixieren sondern auf das Kleinste eben der Große bekommt der sowieso gut Damage wie wärs wenn wir einen Affenpionier placen und den wo's killen äh einer wir lass zwei zwei placen so unten rechts vom Pool dann macht äh mach einer nach oben und der andere nach unten okay also einmal 420 und einmal 024 ja weil dann können die ja unten rechts können die auch die Kleinen dann kaputt machen ja was hältst du davon ja ja wir können es so machen so dann hast du noch Geld über nee oder nee dann gehe ich erstmal auf größeren Schmörwissen rein ok 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 äh dann gehe ich auf oben nach Wachkanon wär gut nur wenn du mir dann Geld permanent bist nein nein ja du gehst nach unten dann gehe ich nach oben so Abkast machen Energizer wär auch sehr gut ich weiß wollte ich so ich weiß was oh ja jetzt 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 ach ja diesmal war es gar nicht so schlimm ja ja ok ok warte mal wir müssen komplett von vorne anfangen nein 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 Junge holl nicht rum Alter wir haben falsch angefangen nein nein wir haben schon richtig angefangen wir machen es einfach nicht richtig weiter ja natürlich ja da kommen so viele Keramikblins wir hätten entweder auf Nagelzone oder Blumenlöser gehen sollen für die für das ganze Kleinfliebe das große geht ja von alleine kaputt wenn du jetzt 10 weitere Affen stellst bringt es dir auch nichts mehr doch komm hier Geld Affenpionier Junge immer am rumheulen ich wele nicht rum ich denke logisch ne eben nicht was sag ihr da kein römisches Denken Alter guck mal wenn gleich die ganzen Keramikblins kommen dann werden wir es trotzdem nicht aufhalten hier Blumenfalle vielleicht mit etwas Glück aber sonst ja dann mach ich hier noch eine Nagelfabrik und später haben wir dann kein Geld mehr um Geld zu produzieren dann haben wir dasselbe Problem ne eben nicht nicht langziehen nein wird es nicht ja mal gucken ob wir es jetzt schaffen ja die erste Welle haben wir es das wäre gut wenn du äh wenn du diese Kiste dann weiter nach links platzierst näher zum ja dann mach ich jetzt nochmal so weil fürs Late Game müssen wir ja auch Geld produzieren ja ich habe ja gleich töd ich habe ja gleich tödliche Stacheln die halten ja auch noch eine extra Runde also habe ich Nadeln für immer warte der Droide der ist vielleicht nicht stark genug der Droide der Droide dass er diese Ranken beschwört auf der ganzen Map ja das macht er erst ab ne Dschungeldroide ja habe ich schon ne auf der ganzen Map macht er erst ab ja auf der ganzen Map natürlich dort aber ja das war der ganze Map gesagt ja guck mal das meinte ich wenn jetzt schaffen wir es aber nächste Runde wird ja heftiger dann schmeißt du was heftigeres raus und dann bleibt es unten rechts auch nichts mehr weißt du doch doch ich sag ja das Problem zieht sich lang also wir haben ein bisschen falsch angefangen das meinte ich dann nicht aber egal wir können es ja versuchen eben ein Versuch ist es wert ja ich hab nichts ich hab mir das jetzt gesetzt ich hab die Videos sorry schon gut ich gehst immer die Helden da guck mal ich hab Heldenfähigkeit die hat uns auch gerettet ich mach alle auf K Alter Teamplayer ja man aber du hast sowieso nur die Rechten auf und auf K gesetzt also ja ja war ja geplant ja klar war halt wirklich geplant ne ja ganz sicher ehrlich ich wusste ja dass die auf K gesetzt werden so okay wir haben jetzt auch AK nicht wenn wir können wenn wir jetzt beide zusammen auf Bluenlöser sparen dann sind wir vor allen kleinen Viechern die kommen werden safe für das ganze Spiel lang dann können wir unten rechts alles verkaufen wenn wir auf Bluenlöser gehen jetzt ja okay dann wenn wir jetzt Geld sparen dann haben wir es auch ja dann mach ich auch nochmal extra Geld hier so könnten wir uns fürs Ende retten dann können wir uns mehr auf den Boss fixieren oh ja der Boss kommt ja auch gleich oh egal wenn du unten rechts wenn du das verkaufst hast du ja noch extra Geld gell dann hätten wir es glaube ich sogar schon verkaufen wir unten rechts diese Türme ja die will jetzt warte ja ich warte kurz davor obwohl jetzt haben wir jetzt haben wir ja easy easy geschafft jetzt wahrscheinlich wahrscheinlich ne jetzt müssen wir uns im Boss kümmern dann spar du am besten für den Affen Robo Affe ja okay wie wärs damit ja spalten wir über den Erster nur ja mach ich das Erste so mach ich das Erste so oh Gott also der Boss wird jetzt Probleme machen das Kleinvieh ist jetzt egal ja ich habe ja noch zwei Fähigkeiten die uns jederzeit retten könnten ja ich auch und da ist er ja ja ich verkauf das ja eben du setzt alles afk und ich gebe es aus das ganze Geld ja und wie viel Geld hast du ja dann lass uns Obero Affe jetzt komm da ist es los ja hab ich dann stärkster Erster so und jetzt jetzt kommt das ganze Kleinzeug Das ganze Kleinzweck ist egal, guck. Jetzt pass auf. Und weg. Zack, ihr Blumenlöse, Alter. Äh, jetzt würde ich nur mit dir auf Ultramorloch sparen. Was sagst du? Ja, ich würde zuerst gerne noch eine Blumenfalle kaufen, zur Sicherheit. Gut, jetzt können wir auf Ultramorloch. Wir sind so behindert, ne? Komm mal. Stimmt, ne? Extra-Range. So dummiger. Ja. Swamp deployed. Oh, Alter, es wird so knapp. Wir brauchen was gegen Morbs. Ich brauche dann F auf den Ultramorloch. Ja, Ultramorloch wird sowieso nicht genug Damage machen. Also er wird nicht den entscheidenden Damage machen. Ja. Äh, dann gib mal Geld, bitte. Ich spare gerade auf Raketensturm. Okay. Aber wir müssen... Nee, nee, ich hab grad Verteidigung geträgt. Das sollte ich... Egal. Oh. Ja, für die Zeit ist es gone, Alter. Ich hab trotzdem noch die Fähigkeit für Damage gemacht. Ja. Energizer wär sehr gut. Alter, zum Glück hast du nicht meine Nosterfecht ausgesetzt, Alter. Ja, leider. Ja, easy. Dann wären wir RIP gewesen. So. So. Und jetzt? Jetzt wird ein Problem. Also ich hab zwei Moabkiller. Geh du. Ach so, du hast schon eine Karnägel. Ja, haben wir schon. Die haben auch schon gut Damage gemacht. Dann geh ich jetzt auf Raketensturm. Ähm, also wir brauchen jetzt was Starkes. Ja. Ja, wie wär's eigentlich mit der Putsche? Ah, ich bin mir dabei. Apache bin ich mir jetzt nicht so sicher. Naja, der kann durchgehend Damage machen. Der macht doch gut Damage. Ja. Ja, okay, mach, mach, mach. Ich mein, das andere hat halt nicht so große Range. Und wir müssen jetzt durchgehend Damage machen. Ja. Deswegen sag ich, haben wir auf dem Scheiße angefangen. Nö, nö. Wir haben richtig angefangen. Nur das fortsetzen müssen wir richtig. Wie bei Serien. Die haben gut angefangen. Jetzt müssen sie nur noch weiter... Gut weiterlaufen. Wir haben die falschen Affen geplaced. Nö, nö. Wir haben die richtigen Affen geplaced. Nee, Alter. Doch, haben wir. Der Anfang ist immer gut. Wir haben die aber vielleicht nicht richtig geupgradet und so. Ich meine, guck mal, wir haben schon richtig die banalen Plantagen gesetzt. Ist alles, ist alles richtig. Ja. Aber wir haben zum Beispiel nicht Blumenlöser gemacht. Oder wir haben nicht Reißnagelzone gemacht. Das hat dazu geführt, dass wir uns zweimal freikaufen mussten und Sachen verkaufen mussten. Deswegen sind wir jetzt Außengeld wieder gelaufen. Guck mal. Wir verdienen jetzt nicht mal genau... Wir verdienen nicht mal so viel Geld, dass wir uns später starke Abgriffe kaufen können, die wichtig sind. Weißt du? Egal. Das ist das, was ich meinte. Wir können es versuchen gerne, aber wir haben falsch angefangen. Das meine ich. Okay. Oh, nee. Doch, wenn wir jetzt Affenflieger-Asses spammen, können wir es vielleicht noch schaffen. Nein, bringt nichts, wenn wir diese Feindchen machen können. Aber die Bomben machen Damage. Ja, die Bomben. Und mit Säure-Mix. Ich spam ihn nicht. Nee, nee. Das ist ein Anzeigefehler. Alter. Wenn wir das schaffen, ist ein Wunder. Ja, da ist er. Da ist er, unser Liebling. Wenn du 5K hast, habe ich irrt gemacht. Seine Kugeln gehen ja durch die ganze Map einmal so. Ja, hier. Ich glaube aber nicht, dass er den entscheidenden Damage macht. Ja, aber er macht trotzdem eine Menge Damage. Ja. Ja, ich weiß. So, hier schön in ihn reinschießen mit den Raketen. Wir können das aber noch schaffen. Ich glaube an uns. Er sieht echt wunderschön aus. Mit den ganzen Pfeilen. Wir können so kacken, oder? Jep. Ich habe auch schon länger... Der ist gleich bei der Hälfte und hat nicht mal die erste Phase verkackt, ne? Ja. Das meinte ich. Das meinte ich. Dann hätten wir schon längst den Boss gekriegt, gell? Ja. Ja. Verkauf deine Plantutschen. Dann hätten wir auch Geld. Jetzt kauf doch einfach, krieg ich eine Roboter. Ah ja, stimmt. Ja, wie wär's mit dem Erdmann, ja. Da kostet das Klinge Null, Alter. Ja. Ah, war schon erst mal der Lug. Ja. Ähm. Dann gib mal kurz Geld, bitte. Moment. Ähm. Ja, ja. Ey. So. Der macht einfach nicht genug Damage. Ja, komm. Wir haben's doch gleich. ich vertraue dir einfach interessant was du da machst wir haben es doch gleich wir haben es aber er macht hätten niemals genug der mensch er war immerhin macht er damit aber nicht genug aber immerhin ich habe ja gesagt wir sollten vor allem nee wir haben falsch gespielt ja ganz am anfang nie ganz am ende wir schaffen es macht hat echt gar keine mensch ja es ist ein anzeigefehler wenn da steht steht dass wir es verkackt haben jetzt geht einer auf geld und am besten du du hast benjamin ja und der macht geld also geh du auf geld also ich setze die tier nicht wo wenn ich auf geld gehen soll warum gibt es immer dann das geld dass ich auf geld gehe keine ahnung ich setze jetzt die tier nicht wo hin einfach an dieselbe stelle der sollte ein mitsch machen macht er ja auch nie dann setze ich ihn hier neben dem wasser weiter dieser wo fahrer für das so stark ja was macht ja wie brauchst du noch zu viel okay das heißt heist auf der hat ansetzt hat später wow um das ist wenn nehmen ein Geld ist jetzt Schöne mehr so er doch ins Kind um wenn ja das machen ja ja er trägt es sei nicht so klar er macht mal am besten nochmal rechts unten die mann oben links Reißnabe werfen mann jetzt muss ich das machen ja du bist gezwungen ich liebe dieses Spiel Kauf mal ab du jetzt bitte du machst mir lange mit dem Angst was oh danke dass du mir Geld für den Plantrutsche gibst du bist so nett nee Digga komm ehrlich nee Junge das schaffen wir doch gerade so gut ja dann upgrade doch einfach die Viecher ähm äh fuck weg ich würde dir empfehlen oben links Hotshots zu machen weil die plant sind upgrade halt alles einfach einmal irgendwie nicht bin arm bin arm bin arm bin arm das ist dieser Turm nervt auch gar nicht mehr ne 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 geht's auch nicht ne 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 ich ihn ja auch so das ist sehr toll aber gut dass wir verkackt haben dann können wir die die zwei stunden doch voll bekommen so ich spare jetzt mal auf dem Klebstoff schützen Kevin weil dann kommt wieder die Phase die uns kühlt ja aber wir müssen das auch erstmal Damage machen dafür das Damage ist kein Problem doch doch das Problem ist eher das was danach kommt leider die machen ja jetzt hier nicht wirklich 40.000 Damage auf einmal die Affen die Affen nein die Affen nicht aber die Keramik bin ich später nein nein ich meine ja schon die Affen ja ich meine die Keramik bin ich das ist mir egal wie du meinst mein Diener ja mach ihn da verkacken wir geil komm komm dann werde ich halt später gar keine mehr komm ganz einfach geil ähm wir werden eh keinen später mehr haben wecken können ja deswegen ich hab die Hoffnung jetzt schon aufgegeben in uns ich hab die Hoffnung jetzt schon aufgegeben in uns merkt man so ist ja jetzt geht das Geld also ja ich mach jetzt gleich noch alle auf Plantage und dann gebe ich dir Geld für die ganzen Blumenverdünner ja und Benjamin ich würde dazu gerne jetzt ein Erzmagier setzen ich weiß so für was du gib mal dein Geld aus Klebstoffklecks am besten ja so dann helf ich dir bei Blumenverdünner bitteschön danke du warte hier wir sind schneller kaufen naja Blumenverdünner so so und jetzt müssen wir noch ganz schnell auf Blumenlöser mal gleich fängt an schafft wir nicht schafft wir eh nicht wir haben ja noch mitten drin Rumpen ne ja das schafft wir nicht ja ja klar das schaffen sie sogar bevor der Boss kommt so guck wir haben wir haben 10k schon alter der kostet 20k hm guck hm jetzt haben wir 10k 11 ja und wir haben 2 Runden gebraucht hm wir haben noch 3 Runden nach meiner mathematischen Berechnung schaffen wir es nicht 15k ungefähr 14 noch 6k ja guck mal das geht doch nicht ich weiß ich habe ja gesagt dass wir es schaffen oh getarnte egal wir haben noch unsere Stacheln schnell oder Kevin wir brauchen eine Verteidigung Junge ähm du machst ja Geld also jo jetzt äh go Penny jetzt jetzt los 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 jetzt zugriff hm so ja man jetzt brauchen wir noch was für den Knaben der kommt dann mach ich so 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 dann mach ich bumm ob wir ja sen das sollte setzen erzen ein der kann bis mit dem neben meinem so kann das Geld geben Nö das ist eine Lüge aber die nächste Runde können wir jetzt komplett auf Alter das sind so scheiße es geht den Heli ja aber du hast IFR ja das ich denke halt nie an den Heli so auch Raketensturm das schaffen wir die erste Runde schaffen wir guck mal daneben kannst du Erzmager zum Beispiel jetzt glaube ich wo daneben dafür kann da ein Affel ein dünnerer Affel rein ja Erzmager kann da rein Erzmager geht da rein Echt dann mach 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 siehst du so meinte ich das in der letzten Runde Damage Damage ne ich hab nichts gesehen ich bin blind ich bin blind ich kann ich hab nichts gesehen jetzt müssen wir richtig stark auf einmal werden auf einmal ok machen wir dies soll ich ein 402 Sonntempel holen mach mal ich hab doch ich kann einfach direkt einen Ultramolotol holen machen nö der kommt mir nicht ins Spiel 0 5 0 nee lohnt sich nicht er nee aber jetzt könnte man jetzt davon ausgeben Warte Warte jetzt ich sparen muss schnell was nehm ich welchen nehm ich soja ne warte noch 4 Runden äh Geld please Game ohja passt weißt was soll ich noch auf Geld gehen jetzt ja keine Ahnung ok aber das werde mache ich jetzt ein Insta auf dem Schlafen weißt wann die welchen wohl hmm calm doch der ist, der ist strong er hat ne baby range scheiße ich meine ne scheiße ja was nehme ich jetzt ich nehme einfach ich nehme einfach Warte ja komm ja komm 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 wir müssen jetzt viel damage machen ne ja ja mach mal bitte ja MRB drauf ja da machst du grad gar nicht oder doch 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 Spalte in den oberen ne gar kein Fall ne gar kein Fall das ist kurde ich gib mal am besten obwohl hab er keine Nägel ja ich merks aber war super africade Oh mein Junge, da geht ein Sturm. Und was gehen wir jetzt? Vorsicht. Ja. Hab ich Apuchka gekauft? Das schaffen wir aber, Kevin. Ja. Hm. Was häxen wir danach? Es liegt ja an Geld, wir machen viel zu wenig Geld. Ja, jetzt liegt es an Geld. Nice. Schaffen wir. Ja, das schaffen wir noch. So, Apache. Ich habe Apache gekauft. Ja, gut. Alter, Fexter-Damage. Ne, hier. Fexter-Damage. So. Und jetzt brauchen wir was richtig starkes. Was richtig, richtig starkes. Was richtig, richtig starkes. Mhm. Mhm. Mann, Alter, was nehmen wir? Was nehmen wir für uns? Ja. Ja, wir haben kein Geld, Digga. Du hast hier Bananen-Forschungszentren. Ja, ich habe 24k, Digga. Jetzt. Ja, okay. Okay. Und dann gib Restgeld wieder. So, jetzt haben wir wieder 20k. Siehste, jetzt geht's mit Geld. Techno-Roboter. Boom. Jetzt machen wir gleich Erzmarke. MAD sollten wir machen. Ja, der macht auch gute Match. Hm. Äh, 11k hab ich, du brauchst 2k. Du meinst 0? Ja. 1k. Pff. Feier ich. Kevin? Ja? Ich bin in deinem Spiel, was? Kommst du rein? Bist du drin? Nächste Runde, warte. Junge, ich hab 30k. In welcher Runde bist du? Äh, 77. Okay. Ah. Jetzt hat's. So. 40k knapp. So. Äh, gib mal dein Geld. Mann. Mann. MAD. Ja, mach MAD. Ja, mach MAD. Kann Gott noch nicht. Oh, mach. Wunder. Ja, jetzt, 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 Geld, 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 Geld. Hab kein Geld. 2k noch? Ja. Ich hab eine Maus verloren und da ist sie. Hab Geld. Ja, gib erst Geld. Nee. Danke. Nein. Äh, ich muss noch auf Apac, Apacke. Ja, Apacke. Okay. Äh, lass dann mitgeben auf Bruggestall. Ja. Apacke. Oh, ja, 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 ja. Ja, noch ein bisschen. Hab. Gib erst Geld. Äh, Bruggestall. Boah, jetzt kommt der richtig damit nur. Sieh, der stirbt, Alter. Ja. Ja, diesmal könnten wir's schaffen. Ja, wir brauchen danach halt Apics, ne? Okay. Ja. Blaue Schiffe. 19k. Hast du ein bisschen Geld nach dem Spiel gestellt? Hab Geld? Ja. So, jetzt geht's hier. Ja. MAD Power. Boah, das geht so für mich. Ja. Boah, was ist... Also, was hältst du, wenn ich nicht fliegende Festung... Ja. Die Apics am besten, ne? Ja, noch 4k, dann kann ich. Ach so, ups. Okay, hab's. Ja. Das dann gleich auf, äh, erstmal, ja? Ja. Jetzt am besten. Mach, 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 mach. Ja. Ja. Jetzt geht's, Alter, jetzt geht's. Ja. Ich hab doch gesagt, wir hätten am falsch angefangen. Ja. Ja, das ist ja. So, schon auf Gas setzen. So, fertig. Dann Ultramoll noch mach ich. Dann mach ich hier hinten einen Armbrust-Meister. geiler Ultramarloch der trifft den Nix So, Raumbrustmeister. Frage ist, wollen wir da, wo der Raumbrustmeister gerade ist, eigentlich Apex machen? Ich glaube, nee, da, wo der Moloch ist, der Schlechte. Der bekommt ja echt viel Range, also. Ja, deswegen ja oben links, oder? Nee, nee. Dann trifft er wirklich kaum was. Nur die linke Seite und das war's. So, also, ich brauche vielleicht Geld. Und geh lieber auf eine Reise. Ja, hab's. Du hast Geld aus. Nee, was ist das? Oder lass lieber noch auf, wie du, lieber noch auf eine Reise. So, okay. Das war noch schlauer, glaube ich. Ja, wäre noch schlauer. Ja, Bananenforschungszentrum kaufen damit. Könntest du sogar machen, wäre gar nicht so dumm. Mach mal. Okay. Mach zwei Stück. So. Aber jetzt müssen wir auf einmal gehen. Ja. So, guck mal, ich hab, obwohl, du kannst sogar noch mal kaufen jetzt. Kauf noch mal. Soll ich noch einmal? Ja. Ich mein, guck mal, wie schnell das Geld jetzt kommt. Ja. Ja, jetzt spar du, ich geh noch mal ein bisschen auch auf. Gell? Du fängst mal an, zu sparen. So, okay, ja, jetzt müssen wir sparen. Guck. Ja, jetzt müssen wir sparen. Ja. Da, guck mal. Ja, easy. Noch 30.000? Nee. Ach, 5.000? Abs. Ja, du berisst die Recke, ne? Ja. Danke. So. Mal schon das Bananen. M-m-m-m-m-m-m. Oh, alter Junge, der vielleicht auch Geld bekommt. Danke. Oh, wer? Jetzt mach ich auch noch mal Geld. Was? Sollen wir das jetzt aktivieren? Oh, ja. Geil, mehr Geld. Ist das doppelt das Geld? Nee, in der nächsten Lunde bekommst du, du bekommst halt ein bisschen mehr Geld. Nach der Runde. Für diese und nächste Runde halt. Aber das überlagt sich nicht, also. Ja, gut. So. Jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir wirklich das Apex Geld. Dann gib mal Geld, bitte. Aber. Das mal auf dem Feld, das muss ich nicht kaufen. Jetzt, ab. So, jetzt Apex, jetzt Apex. Ja, warte, ich brauche auch noch mal zweimal Ambus Meister. Wir brauchen halt wirklich Apex für die letzte Runde. Ja. Deswegen lass dann so viel Geld wie möglich zusammenkratzen und dann, wenn uns noch Geld fehlt, die Geld-Vantage verkaufen. Ja. Mit Apex sollten wir es am Ende dann letztendlich schaffen. Ich werde nicht gut für 20, das ist sehr gut. Jetzt macht er Fett-Damage. Boah, Junge. Und jetzt einfach nur noch sparen, bitte. Wir haben was gegen die T's, wir haben was gegen den Level 100. Das ist alles gut. So, dann aktiviere ich nochmal kurz. Wie viel Geld hast du? Nicht genug. Ja, okay, überbeiß trotzdem mal bitte. Ja, ich hab sowieso die Affen. Boah, nice. Ah, warte, nee, mir fehlt noch einer. Jo, warte. Und zwar Mitte. Ah, ja, ist die. Kannst du selber zusammenkratzen? Ja, ja. Ja, okay, dann mach's. Ich hab grad wieder 60. Äh, wir wollen 350. Okay, wir haben, oh, Gott, einfach. Wie viel geben denn nochmal die Plantagen für den Ende? 19, 19, okay. Wir sind dann 39. Oh, 78. 78 durch 39. Das sind sie, 117 ungefähr. 2 mal 170 sind 234. Jo, alter, wie viel Geld. 234, okay, nicht schlecht. Also, Apeg ist so ein Fade. Da kauf ich aber jetzt schon mal noch kurz Energizer. Energizer, ja. So, jetzt, jetzt ist geil. Da mach du noch, äh, Fanclub. Ah, die da war mal nicht. Baut mal. Hab's. Alter. Sehr ehrlich, das war grad richtig geil zum Schluss. Ja. Aber wir haben das System einfach umgedreht, Junge. Mit den MADs. Ja. Wir haben ja gerade das ganze System umgedreht. Ich hol mir nochmal ganz kurz ein Stück für Zeichnen. Jop. Ja, das schafft mir easy. Ja, bücken es mir. Ja, ich hab sogar noch Waldkreis gemacht. Ja, okay, jetzt nicht Geld ausgeben, bitte. Ich, ich hab noch mehr Geld ausgeben, okay. Ich hab noch 200k, das schaffen wir easy jetzt. Ah, nirg. Ich hab schon mal nach Kaff. Wohl. Nur 50k, aber das schafft man sogar ohne sie zu verkaufen, glaub ich. Hm, okay. Dann können wir, ich, wir können dann mitgehen, nochmal fliegende Festung. Mitten im... Eine Runde noch. Jo. Ja, gleich. Ah, überwei, schnell. Das ist der letzte, oder? Ja, egal. 350 brauchen wir stehen, warte. Dein Name klärt. Äh, sü. Ja. Ja, 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 ja. Ich mach kein Geld mehr, aber wir gewinnen das easy. Ja. Man gewinnt das easy, ne? Nee, das gewinnen wir nicht. Stimmt, oh, ja. Ups. Alter, man sieht halt nichts. Mach dann gleich fliegende Festung. Wenn es das irgendwo geht. Ich glaub aber nicht. So. Ich aktiviere nochmal. So, fliegende Festung. Nein. Ach, nicht warum. Okay. So, Apache Prime. Ja, Affen, nur wurde das auch der mitgemacht. Jo, guck mal. Ja, ich hab mehr Kills gemacht. Wer hat mehr Geld generiert? Ich hab mehr Geld generiert. Du warst am Anfang immer mehr Morps zerstört. Hä, Kräfte verwendet? Ich hab mehr Krä... Ah, nee, Kräfte. Stimmt. Ja, Fähigkeiten hab ich mehr verwendet. Okay. Instas, okay. Du hast aber mehr Zimmerplätze. Ja, jetzt können wir auf Elite. Ja, auf Elite. Alter, ich kann zwei Geldkosten abwerfen. Dann Code. Ja. 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 Ähm, Code ist... Ich hab nur ein Spiel geträgt. Ich hab doch. Hm. Was? Warte. Warte. Ja, Code. Code ist... ...CRB. Ja. Also CRB. P, K, 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 X. Ähm, P, K, X. So, nimm du Benjamin, ich ne Mädchen. Du machst jetzt Geld. Ja, Benjamin. Weil du hast zwei Geldabflugst, ne? Ja. German is in the house. So, das Spiel beginnt in, äh, Länge. In Kürze. Ja, ich hab' ich gesagt, ähm, ich bekomme Geld. Ja, du hast ihn so mächtig platziert, dass ich keine mehr setzen kann, Schlaumeier. Ja, du hast ihn so mächtig platziert, dass ich keine mehr setzen kann, Schlaumeier. Ja, das kenne ich, fühle ich. Ja, das kenne ich, fühle ich. Geldabflugkisten, Plantagen setzen, schnell. Das überlappt sich nicht. Ich weiß, aber ich hab's auch nochmal gesetzt. Aha. Ich hab's hier Geldkisten für dich und mach Dinge. Ja, eins. Da kann man zweite Dinge verdienen. Ja, das, damit warte ich noch. So, schnelle Schüsse. Dann mach du das Geld. Weil ich faul bin. Ich bin ein fauler Mensch. Hast du nicht Bananenbauer? Doch, hab ich. Ich bin einfach ein fauler Mensch. So, äh, Geld bitte, dann hab ich es. Oh, okay. Danke fürs Ausleben. Ja, sorry. Zu spät gesagt. Hab ich eh noch ein paar Mal. Ja, ich hab's zweimal nur gekauft. So. Here we go. Kannst du deinen Wurfverlager von rechts bitte verkaufen? Der ist echt beschissen. Ich weiß. So, dann mach ich die Verteidigung. So, ich weiß mal, wer es liegt. Ähm, mach ich die Verteidigung. Du kannst mir erstmal das Geld geben, damit ich auch ein bisschen parallel machen kann. Ähm, warten wir erst. Ja, okay. Dankeschön. Sehr lecker. Vereine müsste es reichen. Naja, Vereine reicht. Habe ich bitte eine Geldkiste? Nee. Ja, danke. Ja, Geldkiste. Regeln gebrochen. Ja. Aber hier brichten wir wirklich alle drei Apex. Äh, diese Paragons. Ja, dafür brauchen wir ja erstmal Geld. Ja, ich mach ja Geld. Geld und n... Wie wär's, wenn wir diese Runde Blumenmeisterhalschen müssen machen? Nee, ich muss sagen... Nee, ja, kann man... Der ist richtig stark. Der kann bis Runde 101 Milliarden Damage machen. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ey, gib mal schnell Geld. Bitte. Danke. Ich bin mir einfach zu unsicher bei sowas. Ah ja, wir sollten auch etwas gegen Blei setzen. Äh, ja, das mach ich gleich. Ich muss mir erst mal ein bisschen Geld machen. Lass oben rechts dann den Meisterhalschen ist machen. Ja, dachte ich mir auch. Ja, dann setz ich hin, oder? Nee, nee, das kann man machen. Boah, da passt sogar ein bisschen drauf. Ja, ich weiß. Ja, ich... Ich hab grad außer Seelen meine... Ne? So, nur einmal auf oben. Und dann ein... Genau, schneller werfen, genau. Ja, ja. So, dann. Äh, wir müssen jetzt erstmal Blei. Blei, 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 blei. Was nehmen wir da? Der Blei, äh, der Müß kann Blei zerstören. Ah ja. Von Anfang an. Sauda kann ja auch Getarnte von Natur aus angreifen. Natur aus. Ja, Natur aus. Ja. Okay, du machst echt... Boah, du machst richtig Geld, oder? Ich bin stolz auf dich. Kannst du mir aber ein bisschen geben, bitte? Ja. Das kann's sehr gut, ja. Hier, einfach alles. Ich geh jetzt mal auf die Affenbank, weil für das Early Game ist ne Affenbank ultra gut. Ja, dann mach du eine Affenbank und noch einen Marktplatz und dann musst du mich mit Geld supporten, bitte. Ja. Von Anfang, weil das ist übelgut. Ja. So. Okay, Affenbank ist am Start. Nice. Ich bin halt von Natur aus ein fauler Mensch, also... Oh ja. Das war bitte so hoch. Oh ja. Oh ja. Das ist so ein Faul. Nochmal bitte Geld. Ja. Mann, er geht auf Geld. Egal. Wir müssen jetzt die ganze untere Reihe voll mit Geld machen. Wieder für später. Ja. Nochmal, einmal bitte ballern. Äh, Moment. Ich baue auch nochmal. Ja, mach, mach. Nice, danke. Nee, ich bin der Supporter in jedem... In jedem Spiel bin ich der Supporter. Ja, dann gib noch einmal Geld, dann bin ich alle am Stil zu machen. Ja, abgezogen. Ich muss das. Ja, Benjamin supportet ja die Affenbanken. Die werden, glaube ich, schneller voll. Okay, dann gehe ich jetzt noch Pflichtstoffplex. Ich gehe jetzt auf Verteidigung. Ich sollte ja auch mal auch Geld machen mit dem Alchemist bestimmt. Ähm, kannst du jetzt dann gleich nochmal bitte Geld geben? Ähm. Bitte. Ja, hier 4K. Ja. Setz aber etwas Starkes ein. Ja, wir müssen jetzt gleich, äh, blohen. Löser. Deswegen. Ja. Ries. Schnell. Okay, 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 ich wollte auch gerade nämlich den fließen, den du. Geh ich auf die andere Seite. Obwohl, nee. Ups, hab du aus dem Geld über den Wissen. Hier. Genau. Oh, Ehre. Ich behalte es erstmal für dich, geh du, obwohl wir, wir müssen jetzt auch die, äh, die Müll übergehen. Okay. Ich mach hier so ne bunte Mischung einfach. Ja, mach das. Das ist sehr effizient von mir. Ja. Und wir sind Ripp, weil er jetzt erscheint. Ja, deswegen bitte Geld jetzt sparen. Der hat 60K, Dicke. Ja, das ist ja der, stimmt. Ja, dann geh ich schnell auf. Ja. Aber die Phasen werden jetzt ekelhaft, ne? Phasen werden jetzt gleich richtig nervig. Ja. Lass Erzmagier machen, der ist gut. Ja, wir brauchen nichts gegen ihn, sondern für die Kleinen. Ne, für das Kleine, wie mein ich ja auch. Soll ich? Ja, mach halt, wenn's die Glückwunsch macht. Ja, es macht mich auch sehr glücklich. Jetzt gib mir dein Geld, ich beute dich von mir. Okay, beute mir aus. Ja. Soll Gott meinst du? Ehe, ich hab jetzt schon 5K wieder. Die 5K. Nee, hab schon ausgeben. Ja, geil. Äh, Kauf uns frei. Ich kauf sie nie wieder frei. Weiß jetzt, warum ich Blumenlöser gesagt hab. Ja. Ja, komm, kauf Blumenlöser. Ja, mir fehlt noch ein bisschen, Mann. So. Ja, ich kauf sie auch. Kann ich bitte Geldwurf abkisten, Spam, Junge? Nee. Ja? Das ist geil. Und... easy. Ja, easy. Aber du drückst dich nicht? Nee. Aber viel zu wenig Damage, Junge. MAD wäre halt Goldberg jetzt. Ja. Wann, wir sind zu schlecht. Nee, der Boss ist einfach nervig. Ja, eben. Alle auf Kasselzen. Was macht denn auf die Schnelle so viel Damage? MAD. Vor allem für den Kollegen. Ich hab da den Reißnagelwerfer gesetzt. Der, der lasert echt gut eigentlich. Gibt mal Geld. Gibt mal Geld. Gibt mal Geld. Gibt mal Geld. Gewürfe. Ja. Oh ja, der lasert auch ganz gut. Mhm. Wieso können wir das gerade so gut? Ja, der Reißnagelwerfer und der Oberopfer. Kannst du so recht nochmal Blumenlöser machen, bitte? Weil gleich, wenn jetzt die nächste Phase kommt. Keramik blunt. Ja. Und. Leck. Was? Schnell, mach, mach, mach. Hab ich. Ich komme uns nicht frei. Ich komme uns frei. Ich komme uns frei. Ich habe ja noch bisschen Geld. Warte kurz. Ich zieh durch. Dann setz ich auch noch. Warte mal, wie viel Geld hast du denn? Ich frage, wo hast du denn jetzt schon wieder misstiert? Jo, dann mach du das. Mach du das. Du hast noch ein paar. Oh, was machen wir? Wie krass. Jo, wir sind krass, hat's krass. Ich sag's dir, Digga, der reißen Angewerfer wird ihn lasern. Gibt Geld, der Raketen steht. Stimmt. Ich kann auch noch einen breiten Angewerfer machen. Ja, mach doppelt, ist immer gut. Geld, bitte? Hab ich. Ich bin ganz schlau. Mach den hier. Alter, ich hab ihn... Ich hab wieder in dem selben Moment was da reingeblägt. Aber gut, ich hätte... das ist sogar schlau. Ich hab' mir gedacht. So. Ähm... Gib mal bitte Geld. So, danke schön. Aber wenn wir da schon so einen Primäraffen drauf haben, dann machen wir jetzt auch einen Bracken. Primärfischer muss. Dann hätte ich lieber den Moloch und so weiter reingetan. Der Moloch hat aber keine Range. Stimmt. Außer wie Skin... Außer wie Skillen auf Range. Nee, das ist auch nicht schlau. Ich weiß. Mach lieber den da. Das ist das Blutklasse. Äh, mach noch rechts bitte Blumenlöser. Stimmt. Weil gleich brauchen wir ihn nochmal. Und wenn wir schnell genug Damage machen, dann geht's noch. Schnell, ja. Brauchst du nicht mehr. Ja, ich weiß. Geil, 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 geil. Dann Reißnagelzonen jetzt. Oh, geil. Das wäre eigentlich auch geil, wenn wir gleich Ding haben. Äh, Apex. Ja, ganz auf die schnelle Apex, genau. Ja, easy. Ja. Was mache ich jetzt mit dem Gehen? Ja, ich spare auf Weißen, also zuhören. Okay. Ich spare auf Apex-Nägel. Du möchtest nicht nur auf Geld gehen, das ist wichtiger. Ja, okay. Ja. 91 Banane, das ist so gut. Oh, ich habe jetzt mal Apex-Nägel geguckt. Ich wollte dasselbe gerade machen. Ich hatte schon daran gedacht. Geil. Nee, so auf die schnelle kriege ich das nicht hin. Äh, ja, dann gib mal Geld, dann mache ich kurz Dinge in die Zone. Die Zone. Ja. Diese Range, Alter. Boah, Junge, das schaffen wir niemals, nur mit zwei Reißnern mitzuhören. Da, guck mal, wie er lasert, Digga, wie er lasert. Aber ist MAD nicht schlauer in so einer Situation? Keine Ahnung, gib aber Geld. Dann kann ich auch. Ja, dann kommt lieber Tone einfach von. Ja. Die Gambeln rum. Ja. Du weißt, Gambeln, ich habe immer Glück. Naja. Hat man in der Lotterie gesehen. Ja, also in Ahrk, Leute, da gibt es sozusagen so eine Lotterie. Jo, lass mal MAD, wenn es geht. Jo. Oh, Junge, mein, Alter. Hab ich. Jetzt lasert es, siehst du. Jo, jetzt lasert es auch sehr gut. Ja, ihr riecht dich, Digga, guck mal. Ja. Phase für Phase, Junge, ich sag dir MAD. Ja, aber nicht mehr so viel. Nicht genug. Das schaffen wir, das schaffen wir easy. Sagen wir, jetzt ist er ungefähr bei Half-Life. Ja, das schaffen wir. Ja, das schaffen wir. Ohne MAD wären wir jetzt safe gestorben. Ja, trotzdem sollten wir die Wellen nicht unterschätzen. Ja, klar, aber wenn wir jetzt nächste Runde auch immer durchholen, Junge. Beim Reißangelssohn haben wir jetzt echt gut Damage gemacht, also, Pops genauso. Wir haben nicht mehr viel Zeit, kann ich bitte Geld noch fließt? Das werden wir so schaffen, wie wir das machen. Hm, okay. Nichts Runde sind wir dead, Junge. Ohne, ich will einfach nicht, das fuckt mich ab. Ich weiß. Aber es ist das Einzige, was uns jetzt retten kann. Ja, okay, mach ein paar, aber nicht viele. Okay, das reicht. Waren fünf? Ich hab kein Geld mehr, Mann. Gib mir nochmal 50 und dann bin ich so... Ja, nächste Runde, wir sind so tot, Mann, wir sind so tot. Ja. Grate doch mal den Wurfallaffen da links auf Armutsmeister. Nein, ich gucke ja mal B. Stimmt. Ich glaube, ich dauere. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber hab ich auch schon... Ich war kurz davor zu drücken, ich war schon auf dem Affen drauf. Ja. Dann weiß ich euch nicht. Äh, ja. Dann mal Geld lang, wenn du nimmst. Ja, ich hab kein Geld. Nee. Nee, noch nicht. Schade. Ich schwöre, der Meister, äh, da der Alchemist, das sieht wie... Echt schlecht. Ja, klar, weil wir dennoch noch nicht auf dem Affen machen. Ist mir egal. Wir brauchen das. Ich mach dein Geld, dann hab ich's, glaube ich. Ja. Ja, okay, passt. Gart. Okay, ich hab ja noch Affen-Boosts und so weiter. Ja, genau das. Das macht ja alle unsere Affen noch mal schneller und stärker. Hier, hast du. MAD, MAD, MAD. Ja. Oh. Lass auf Erzmagier. Ja. Verkauf deinen Bombenturmwerfer, der macht nicht so viel Damage. Äh, der hat übel Damage gemacht, ja. Dave, Dave Aminus, er ist da. Ja. Er steht, Junge, existiert. Ja. Und drei, zwei, eins. Und der Tod ist leichter. Nach der Werbung. Hehehe. Nach der Werbung. Da, da ist die Werbung. Werbung zu Ende. Alter, mach mir viel Damage. Ja, wir sind die Hoffnung. Ich hab die Hoffnung aufgegeben. Ja, ich auch. Was ist das? Ah, geil. Ja, Zeit, Zeitstopp. Zeitstopp, Alter. Wie ist es? Schwierig. Ich hab, von den Zeitstopps hab ich auch noch Tausende. Okay, Digga. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, okay. Ja, okay, Spiel, Digga. Ist okay. Ja, komm, komm, Spiel, Digga, sag du gleich, dass du uns nicht magst. Aber gut. Dieses Super-Aufel-Stumm bringt halt gar nichts. Ich weiß. Im Late-Game bringt es nichts. Guck mal, Geld. Okay. Okay. Warte, ich brauch' noch ein bisschen mehr Geld. Haha. Können wir ja wirklich schaffen, Alter. Also wenn ich schaffe, noch Primärtraining, Primärexpertise zu holen, dann ja. Gib mir noch mal dein Geld, dann hab ich, glaub ich, was. Was willst du denn überhaupt? Ja, das ist überhaupt nichts. Ist krass, glaub ich. Morbärschung bringt gar nichts. Morbärschung macht kein Damage. Hä, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ich geh einfach. Ich will ehrlich nicht Morbärschung. Ah, Blumeister, ich ihm jetzt bringt auch nichts. Ich will, das, Digga, kipp doch einfach. Mann, jetzt verspendet der es. Ja. Digga, das bringt doch nichts. Ja, das hat grad ihm gefiel gemacht. Nein, ihm nicht. Du hast grad nicht gesehen, wie die Lina Blumen in St. kaputt gegangen ist, oder? Das lag nicht an ihn, Alter. Ja, natürlich. Müsst du eh gleich sehen, jetzt. Guck, ich mach sogar extra Zeitstoff für dich dann. So, jetzt meine Fähigkeit rein. Guck, bumm, weg. Ja, ich hab auch Fähigkeit eingesetzt. Ja, und ich hab ihn eingesetzt. Können wir wirklich schaffen, wenn wir uns in die Knie geben können. Ja, ich hab noch gut reingeschossen. Ja, klar. Ja, klar. Guck, und, boom. Das ist sogar junger. Also, ne, seine Fächer schaltet er auch gleich raus. Was soll ich mit 16 km machen? Weiß ich doch nicht. Hier geben, gute Idee. Genau. Aktivieren alles, Kevin? Ja, tue ich. Ja, tue ich. Ja, die, die leben noch, Alter. Ja, gell, die sind nicht. Mordbeerschung war dumm. Das war das Beste, was man eigentlich kaufen kann, Alter. Also, besser als, äh, MRD, dann verkaufe ich am besten, ne, man die, oder? Ja, warum nicht? Digga, Benjamin, der ist grad mal Stufe 10, 11. Ei, richtig, Fat Power-ups. Egal, erst mal die ganzen Wien-Spam, die ich nie in meinem Leben benutzen werde. Ja. Die Liebe, vor allem, was du immer die machst. Äh, langsam einfach. Ist wie Klebstoffschützer, aber anders. Weißt du? Wir haben beide, wir haben beide MRDs noch, bei Kevin. Die sind so dumm. Alter, die Miene, Junge. Ich glaub, die machen Damage. Ja, ich nicht. Und jetzt lass mal kurz Mopper einstehen. Darf ich jetzt Geldkisten füllen? Ja, komm. Habt ihr's gehört? Äh, ja, ich hab's gesagt. Hä, ist der dumm, Digga? Okay, Kevin, du musst jetzt durchgehend Zeitstopp aktivieren. Ich hab'n dummen Plan. Ja, mach. Ja, jetzt, warte. Ich, äh, Digga, er lässt es einfach zu, der ist so dumm, der Junge. Ich hab' nur noch einen einzigen Zeitstopp. Ja, warte mal, du klarst noch? Oh, wie, warum seid ihr auch das? Okay, ich, ich, bin nicht dumm eigentlich. Ich spand die auf den Behindertal. Das wird eh nie genug Geld bringen. Egal. Digga. Mann. Hauptsache, wir schaffen die Welle da noch zum Trost. Was geb' ich noch Geld aus? Hm. Äh. Geld. Ich bin schlau. Ah, ja. Sag, Mob Eliminator gekauft. Und dann kaufen wir auch noch mal... Ich hab' jetzt einfach mal den Sniper gesetzt. Äh, 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 äh... Der macht ja auch Damage, der Sniper. Mach' ich nicht. Ja, willst du auch endlich mal den Apache machen? Ich? Nein, alter Junge, das Spiel hat drei Jahre lang nicht den Apache... Warum sterben wir grad so schnell? Wir haben mehr als in der anderen Runde. Ja, fand ich... Keine Ahnung. Ich hab' kein Geld. Du hast mich. Scheiß nicht nur. Ich hab' kein Geld dafür. Du raubst mich aus. Da liegt das. Okay, erst mal. Jetzt hab' ich's. Ich sag's dir, die Minen da rechts werden nichts bringen. Lass' ganz kurz langsamer machen. Äh, ich hab' nen guten Plan. Ich glaub' dir nicht, aber okay. Ich weiß. Einfach warten, bitte. Ich geb' kurz meine Affendollar für... ...was aus. Geil. Einfach warten, bitte. Ich, äh, verarscht. Geil. Gewinnen wir noch. Gewinnen wir noch. Ja, glaub' ich auch. Wenn wir jetzt alles verkaufen und, äh, 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 warte mal. Ich hab' wirklich nen dummen Plan, der funktionieren könnte. Wir werden doch eh sterben, Kevin. Wollen wir was Dummes probieren? Nein. Nein. Doch. Alter, Junge, wenn spätestens der Lederblum kommt, sie mir tot. Glaub' mir. Was willst du denn versuchen? Ja, verkauf' mal ganz kurz alles. Glaub' mir. Ja, bitte vertraue mir einmal ganz kurz im Leben. Einfach alles, was dir gehört, verkaufen. Danke. So. Und mir Geld geben. Schnell Geld geben. Ja, wir sind tot. Ich wusste, ist alles wegen dir. Hä, was hab' ich jetzt gemacht? Was hab' ich... Was hab' ich jetzt nicht gemacht? Du hast alles gemacht. Jetzt gib' dein Geld. Ich beute dich aus. Warum? Einfach aus Spaß. Jetzt gib' dein ganzes Geld. Und verkauf' alles. Verkauf' mir diesmal, bitte. Ich kann dir einfach nicht vertrauen. Nicht mehr seit Bänden, bitte. Nee, ich will mal wirklich gucken, ob das... Weil die ist... Verkauf' mir den Zauberaffen schnell. Mach' langsam. Stimmt, da war ja was. So, geil. Wird nichts bringen, aber wir versuchen's. Dann... Äh, du... Äh, du... Gib' mal Geld, bitte. Ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Ganz, ganz schnell, Kevin. Ja, kein Geld mit der Arme, Junge. Verkauf' mal alles. Ey, ich werde dir ausgebeutet. Verkauf' den Benjamin. Ja, egal. Bring' nix, gell? Los, schnell. Äh. Ja, fliegende Festung. Bist du dumm, Alter? Fliegende Festung ist nicht stark. Natürlich, du gewinnst es easy, Junge. Ah, nee, warte, Benjamin, mir Böhr. Hehehe. Der 50K, das heißt, ich mach' Klo Magier. Klo Magier. Der spült immer die Toiletten, denn... Geld. Ja, da kann man wie easy wir machen, ne? Was machst du keinen Schaden? Ach so, hast du keine Plasmistrahlen, jetzt sagt doch was so, ne? Leute, wir verkacken ab, mies. Hä, was laberst du? Ach, die Wind ist so, ne? Wir sind halt auch so scheiße, ne? Warum, Alter? Warum? Ich frag' noch mal warum. Ey, ich hab' alle ins darf, die ich hab' und da verlieren wir trotzdem. Ich kann Sonn-Gott-Marl, äh, Sonn-Tempel. Ich weiß, ich kann, ich kann Sonn-Gott sogar, ne? Ich kann auch Sonn-Tempel und ich kann, äh, 040, Alter. Siehst du, wir gewinnen easy, Digga. Wir haben eine Welle von 17 geschafft, Digga. Wenn wir da da verkacken, wenden wir eigentlich nicht screenen, dann... ... ...ja. 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 ...ä? 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 ...was? ...was? Lässt du mich grad hier entstich, du Verrieter? Lässt du dir? Also, ich muss ehrlich zugeben, Kevin, deine Idee, die super offen zu placeen ist, war echt eine richtig dumme Idee. Ha, stimmt, was hab' ich mir denn dabei gedacht? Ah, ich hör' nie wieder auf dich. Ich wusste, dass es nicht klappt, ich hab's extra gemacht. Ja, ich auch. Hä? Was denn? Ja, was soll, was soll denn so schwer dran sein, an der schweren Herausforderung? Nix. Hä, sind die dumm? Ja. Es gibt immer eine leichte und ne schwere. Ja. Wirklich, Kevin. Nee, ich verarsch' dich nur. Oh, setze 100 Kräfte in den Coop-Modus ein, geschafft. Verwend, verwende eine Stufe 5 Insta-Affen. Ich hab' nen Boomerang-Affenheit gesetzt. So dumm, ey. Ich hab' 5,1,0 Affenflieger, ich hab' einfach das Bessere bekommen. Ja, was ist? Was denn? Was denn? Ja, ich kann grad nicht. Was? Ja, warte doch mal kurz, Junge. Nee, sag. Alter, du... Ist dieser Reichsnagelwerfer, äh, Nagelfabrik, ist ja eigentlich behindert. Warte, was mein, hä? Geht doch. Fäh. Junge, ist die Scheiße, Alter. Hey, nein. Warte, ich klär das. Jetzt. Also, dann will ich auch mal sagen... Warte mal ganz... Nee, nee, warte. Oh, Mann. Warte. Warte. Vertraue mir. Ich vertraue dir schon seit Benjamin nicht mehr. So, warte. Geht's dir noch gut? Ja, kannst Benjamin nicht. Ja. Jetzt, ich vergiss, was ich sagen wollte. Ja, äh, es hat euch eigentlich echt Spaß gemacht, oder, Almin? Ja. Ich mein, wo durftest du ja, ne, sitzen? Mein hat, ja, einer in mich vertraut. Ja, und zwar... Benjamin. Nee, dann, äh... Hast du ernsthaft die schwere Herausforderung, Feri? Ja. Wie, Alter? Hehe. Easy. Ich hab... Ich hab ja doppeltes Geld, ist das Ding. Das macht es mir. Das Geld ist ja egal. Nee, nee, das Geld ist wichtig. Ich schaff's grad noch nicht, dass die Supermine... Hä? Hä, welche... Hä, warum geht's auf einmal? Welche meinst du? Ach, das... Das ist die schwere Herausforderung. Ach, die... Ich dachte, die einfache. Nein, nein, die schwere. Boah, jetzt bin ich tot. Da kommen so viele Grüne, die Supermine ist irgendwie ein bisschen zu blöd und nachzuproziehen. Stimmt, einer ist bei mir durchgekommen. Ja, ich... Du musst einfach ganz unten rechts, äh, den platzieren. Boah, die Supermine sind ja mies langsam. Hä? Ja. Meiner hat die platziert. Ich hab's geschafft. Ich hab's, glaub ich, fünfmal geschafft, oder sechsmal, dass der platziert. Mehr hab ich nicht geschafft. Boah, ich schaff's einfach nicht. Egal. Dann, was ist mit dem Stream? Schaut morgen vorbei, dort streamen wir dann irgendetwas. Überraschung, ja. Überraschung. Ja, Überraschung. Wie gesagt, am Anfang des Streams... Hab ich es gesagt eigentlich? Ja, nee. So, tschüss. Ja, alter. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Like und ein Abo und ein Follower und ein Abo und ein Like und ein Abo da. Ja. Und tschüss. Ja, dann in den nächsten Tagen werde ich versuchen, was hochzuladen, wenn's geht. Ja, bitte. Ja, dann tschüss. Tschüss.